Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aura Kingdom! Hallo! Hi, so! Schon lang nicht mehr gespielt. Wir müssen, sprich mit Abraham um die Quest zu benden, direkt die Quest abgeben. Wir müssen mal gucken. Ach guck mal, wir müssen sogar durchs Dimensionsportal Also durch das Portal Warte mal, bevor wir da lang gehen Würde ich gern Hier auf der Karte Das sind noch 1, 2, 3, 4 Quests Bevor wir die nächste Welt schon betreten Ja, dann holen wir das Da würde ich sagen Wir machen zuerst die ganz im Süden Bauer Bilga Das ist so blau Die blaue Ausrufezeichen Mach da mal jetzt Autolauf hin Ah ja, ist auch schon dabei Oh, was ist da? Achso, das ist ein Reittier Ah, der Drachen Drachenkönig des Unheils Oh, Blumen Sehen ganz schön gefräßig aus Ja Die haben wir sogar schon gekloppt Ja Ach ja Wir müssen aber mal Vielleicht müssten wir mal den Channel wechseln Auf den 1er Channel Wo ein bisschen mehr los ist Dass wir auch mal in dieses In den Dimensionskorridor reinkommen Dass wir das auch mal gemacht haben Wär schon ganz cool Ach, das ist eine tägliche Quest, okay Egal Egal Bringt ein bisschen EP ein Und dann wärmen wir auch, glaube ich Ziemlich Level ab Und man muss echt nicht wirklich viel machen Sammle Gemüse Na dann sammeln wir mal Gemüse ein Was Braucht deine Hilfe Grab im Garten Mit der Schaufel Und C Die Ah, okay Aha Okay Ach und dann muss man Ja Was muss man dann machen Sonst der Hügel Ach, erntereifes Gemüse, okay Ach, ist ja lustig Okay Sind wir halt mal Bauern, ne Äh Ja, wir müssen da einfach bloß anpflanzen Dann in die Erde diesen Saat reinmachen Dann kurz warten Was ist das? Omega Pestizide Wir brauchen Pflanzen damit Einen Schädling abzutöten Aha Da müssen wir die Verschädlinge scheinbar sichern Oder sowas Ja, ich hab durch Zufall jetzt ein Gemüse Ja, wunderbar Ich hab einen Austernpilz Und ein Gemüse Hab ich schon So, erntereifes Gemüse Ist doch mal was lustiges Kann ich eins anpflanzen Dass da gleich mehrere wachsen Ja, ne Ah, okay Okay, jetzt hab ich Pilze angepflanzt Ey, lass meine Pilze in Ruhe Ich hab's ganz genau gesehen Du wolltest mir meinen Pilz klauen Nee, gar nicht Ich krieg's grad bloß überhaupt nicht hin So nicht Du musst halt bloß kurz warten Bis es dann gewachsen ist, ne Ja, aber da steht bei mir überall unreifes Gemüse Ja, das muss halt noch wachsen Guck mal hier Hier, den kannst du ernten Da hab ich fertig Schnell Bevor er weg ist Weil ich brauch jetzt eigentlich bloß noch so einen Kohlkopf Erntereifes Gemüse Hier bei dir Guck mal hier Erntereifes Gemüse Ah, jetzt verstehe ich das Er drückt die ganze Zeit auf die Saat Aber da passiert nix Aber ich muss jedes Mal den Den Hügel noch auszeichnen Genau Also eigentlich voll easy So, ich bin dann nämlich auch fertig Oh, ich brauch keine Pestizide Ja Und? Dankeschön Oh, nur 9% gebracht Ja gut 10% ist auch 9% Wo ist eigentlich meine Brunnen hielt? Ich? Ach, wie rufe ich nochmal einen Eidolon? Wie war denn das nochmal? Ach, das ist glaube ich meins Okay Genau So Wenn ich jetzt F7 drücke Ah ja, okay Ich brauch bloß F7 oder F8 zu drücken Oder F6 Und dann kommen sie Wunderbar Dann wäre das auch geklärt Was haben wir denn hier schönes eben bekommen? Monster Codex Bisschen EP Treue Gutschein Dann auch kein Level Up Schon so lange nicht mehr gespielt Also die blauen Ausrufezeichen sind also täglich Aber was waren denn dann die grünen? Ach, die grünen sind bloß die komischen Dinger zum Sammeln Genau Ja, nee, dann würde ich sagen Wenn wir die Quest abgegeben haben Gehen wir dann direkt zu Abraham, oder? Ja Wie viel brauchst du noch? Da, einen Pilz Hm Fertig Wunderbar Okay Ähm Dann zu Abraham, ne? Ja Wäre halt schon noch gut, wenn wir das Level Up noch gepackt hätten Aber Ich meine, ich habe Mir fehlen nur noch 3% Wie viel Prozent hast du? Pff 30 Ehrlich so viel? Ja, schon 69 Okay Dann ist das was anderes Dann ist es egal Ich habe gerade keine Musik mehr, hast du noch Musik? Ach, du hast das ja sowieso Ich habe es aus, glaube ich Mal ausgeschalten Ich finde es langweilig Ich brauche Musik zum Spielen Gerade bei so Bei solchen Games Ich brauche etwa Musik im Hintergrund Oder ich muss Ich mache mir ein Video neben in die Seite rein Dass ich mir ein Video angucken kann Ne, mich stört es, weil ich so arg viel lesen muss Marjana Ja gut Marjana, das ist offline Ja, eigentlich nicht Ich bin bloß gerade in Anari Welt neigange Da statt Marjana, das ist offline Wollt ihr mir jetzt nicht die andere Dinge noch holen? Ne, weil wir haben ja gesagt, das ist ein täglicher Ach, ich bin in Navia Ich bin in der Hauptstadt Oh, schön Und erst mal so ein Todesengel zu mir gesprungen Die heilige Stadt Schön hier Die größte Stadt der Menschen ist wirklich interessant Größte Stadt der Menschen, okay Sehr cool Hi Schatz Netta Nein So, jetzt Doch, bei mir standest du da schon Oh, hier ruckelt es ein bisschen Na, obwohl geht War eben bloß wahrscheinlich ganz kurz Na, so ein bisschen Einbrüche habe ich schon Im Spiel Oh Ich mache mal da was Gut Reicht dir schon Naja gut Halt, wo gehst du hin? Mit Abraham sprechen? Ja, lass uns doch ein bisschen die Stadt noch angucken Ich finde, das machen wir viel zu wenig Wir gucken uns gar nicht die Gegenden an Wir tun ein Was ist mit dem Vieh los? Das nervt Wir gehen hier einfach so Zack, zack, zack Einfach durch Was? Guck mal hier zum Beispiel Die hat eine Quest Bäckerei Besitzerin So, was muss ich denn für die hier tun? Ähm Verschmilzken Materialien zu halten Das habe ich schon gemacht Komm Hä? Hatte die jetzt doch nichts? Nee, irgendwie nicht Kann dir sicher irgendwie helfen Finde einfach einen Fleck Mit vielen Leuten Und erzähl ihnen von Ah, okay Dann, ähm Ein Fleck mit vielen Leuten Würde ich sagen Hier Hier sind viele Leute Dann müsste ich doch Genau Und da ist die Sprache Ach nee, der läuft automatisch dorthin Aber der läuft jetzt in dieses Tor rein Bist du bei mir? Nee Ich weiß nicht, was du gerade treibst Geh mal auf Inventar Jetzt müsstest du ein Megafon In deinem Inventar haben Ah ja, okay Und wenn du da mit Rechtsklick draufdrückst Ach da, okay So, jetzt habe ich die neue Öffnung Okay Aha Und jetzt Wieder zurück So, okay Ich nehme hier mal die Quest an Hier können wir direkt die nächste Quest annehmen Bitte kauf doch ein paar Streichhölzer Und dann nur ein Korb Ach Gott, warum nicht Königin weißt du Du musst anzünden Dann wärm das Aber nicht unzähl Ich probiere es einfach mal Okay Einmal Streichhölzer Verbrennen wir bestimmt Die Großmutter Ist bei dir auch die Großmutter Kummer? Ja Ja und jetzt Nein Fertig Ah Okay Gehen wir heim Jetzt sind sie weggelaufen Neue Nachrichten Hm Ich gehe mal wieder vor zur Bäckerei Fachverkäuferin Wie viel hier aber auch los ist Ne Und die kloppen sich Okay Ich drücke noch mal da drauf Weil die schicken Huch Hallo Ich bin jetzt auf der ganz anderen Seite der Stadt Ich bin aus Versehen durch so eine Art Portal gelaufen Mhm Drück mal noch mal auf das Megafon Ich? Ja du Ja wer denn sonst? Ey was? Warum? Weil die Quest noch nicht fertig ist Du musst da hinten noch ein bisschen hin und her laufen Aha Hier sind ein paar Läden Irgendwie oft? Weiß es nicht Ich habe die Werbedrommel gerührt Okay Ja Und weiter Jetzt Äh Kann ich Ah ja Jetzt kann man hier abgeben Oder das? Ah ja Ah ja Okay Promo Event Vielen Dank Ich spüre Dein Erfolg Promo Event täglich Okay Oh ich habe einen Kuchen bekommen Lanas Torte Lecker Bist du denn? Ach du bist vor mir Ja genau Komm hier hier Guck mal Hier 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 Folge mir Bist du schon fertig? Ja ich habe das jetzt dreimal gemacht Ja jetzt kannst du sie ansprechen Und kannst dann auswählen die Werbedrommel ist gerührt Oder so Keine Ahnung Sowas in der Richtung Mhm Und dann müsstest du auch was bekommen War das jetzt ein Titel? Oh Gott Okay Senden Einen Kuchen Ja habe ich auch Cool Ah das ist versorgt mit Energie Okay Mhm Neue Nachricht Hä? Wo denn? Ach da Da oben Oh was ist denn das? Rüstungsverstärkung Okay Und? Und? Albert Miranda Hi Was? Ach das ist Werbung Okay Ne danke Also ich habe noch so eine Auktionshauskarte bekommen Ich habe Werbung bekommen Naja gut Und ich würde sagen... Ja, bumm. Ja. Ah, schon wieder ein Nachricht. Ja. Wenn euch die Folge gefallen... Warte mal. Was ist das? Ach, dieses täglich. Okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kommt auf dem Kanal vorbei, um zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Aura Kingdom. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.